Norddeutscher Rundfunk 2021 Mein Name ist Philipp Rogli. Ich bin Gründer und Leiter des Arzt Stöbli in Basel. Arzt Stöbli kuratiert Ausstellungen, macht Führungen und leitet urbane Kunstanbau-Projekte. WAKE ME WHEN IT'S OVER Die Weltkugel im Bett von Steven Powers aus New York. Das ist das Werk des Invaders aus Paris. Er arbeitet mit Keramikkacheln und es ist eine der zehn Grössten weltweit. Das sind sieben ehemalige Plakatwände, wo der Künstler mit Papier und Kleister eine Installation angebracht hat. Der Künstler Henrik Baikirch hat den Lagerarbeiter porträtiert, der hier auf dem Areal seit 25 Jahren arbeitet. An diesem Gesicht hat er wenig Farben verwendet, weil er wollte auf die Struktur des Betons eingehen. Dank Swiss Loss konnten wir die urbanen Wandbemalungen umsetzen. Künstler Henrik Baikirch Künstler Henrik Baikirch